Herzlich Willkommen bei Arc Survival Wolf Primitiv Plus mit unseren guten Wolf Reeper und dem Feuer auf der Wolf. Was wir heute machen, alles klar, erstmal scheißen. Was wir heute machen wollen, wir wollen erstmal uns aufbauen, komplett mit Primitivzeug. Wie soll ich das erklären? Was ist das jetzt, Primitiv? Weißt du was? Ich auch nie. Okay, wir können es nochmal testen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, da weiß ich auch mal, das ist komplett... Normales Arc sag ich mal so weit, aber es ist mit primitiven Zeug, primitive Waffen, primitive Häuser sind richtig geile Häuser. Ich kann euch mal zeigen, muss ich gerade sagen, ähm... Okay, okay, dann mach ich das dann ab. Ich weiß mit Level 17, können wir mal die ersten Häuser bauen. Und die sind ein bisschen blöd ranzukriegen, die Häuser. Aber es wird nicht gut kommen. Stimmt so. Und die Schwierigkeitsstufe ist auf 2. Ach so, heiß auf deutsch. Wir haben jetzt, äh... Wir haben schon 3 Versuche gebraucht und müssen schon zweimal gestauten. Ja, ich muss jetzt mal... Bleib stehen! Ich bin gleich tot. Was ist das so ein Scheiß, rund bin ich tot, ich wollte meinen Holz retten. Okay, dann einfach läuft schon mal gut, was mir gefällt. Mir wundern, der da hängt mir ungefähr ein paar Meter am Arschloch. Das ist ein bisschen eigentlich nervig. Aber sonst... Ich muss schon gepacken. Ich hab 40. So, Level... Ähm... Ich glaube, wenn wir was sagen... Machst du die Waffen? Mach ich die Kleidung? Sag ich... Darf ich? Ich mach das Zeug und die Häuser. Das Bau mit dem Haus. Alles. Okay, ich hab schonmal... Walsch, jetzt fett schon mal. Und mein PC hat sich auch. Ja, was ist das da? Ja, komm, komm. So. So. Na, läuft noch. Es hat sich bloß ein Eindrußprogramm geschlossen. Ich glaube, Mauer über Zwitsch. Zwitsch. Oh. Oh. Ja. Wir müssen... Ja, ich mach Häuser auf Kleidung. Und so. Wir haben genügend Punkte. Kannst da oben ziehen. Fast nicht. Du musst sagen, wo du bist. Weil sonst... Ähm... Ähm... ... ... ... Ich brauch Essen drinnen. Pfff. Was sagen wir am Anfang... Ähm... Wir müssen mal... Wir müssen ein Dolo töten. Erstmal. Wir brauchen... ...ehm... ...zum. So. So. Ja, wir... Kannst du... Kannst du... mich auch hier... ... ... Ach, die Dinger, ja. Die Dinger sind cool. Ach, die Dinger, ja, die Teile sind cool. Habe ich auch noch nicht komplett getestet, aber ich habe die schon mal gehabt. Baut selbst. Ok, erstmal Werkzeug brauchen. Jetzt haben wir es auch gleich noch. So, ich habe es nicht. Was hab ich hier irgendwo ein Dodo gehört? Bei so 10 Leveln kann man das noch ausprobieren. Hey, wo ist der Dodo? Das kann man sich schon trinken. Und zweit ist nur keiner, ne? So. So. Irgendein Dodo. Eierklau. Was ist denn für dich ein Eierklau? Erklären wir mal. Au! Oh, ich bin fast tot. Du mich daran erinnern an... Nein, du mich daran erinnern an der nächsten Session... 100% an mein hier... Dein Beschluss. 7% Aber wie schnell ist der Ubi? Ich hab kein Ausdruck. Was? Der geilste Anfang der Alter. Der... Der hat mich... Ich wollte gerade den Dodo angreifen, dass der Dodo wegrennt. Und dann... ...den Mikaelan ja... Ich weiß, wo der Dodo ist. Mh... Die können schnell sein. Ich hatte keine Ausdauerkraft. Wie der immer noch den Dodo mobbt, alter. Okay, ich hab... Ja, warte mal. Wo ist denn mein... Da hab ich schon mal... Ich hab schon mal ein Essen. Wie blöd sind wir denn, alter? Wie blöd sind wir denn, alter? Wie blöd sind wir denn, alter? Ey, ich hab schon lange nicht mehr so auf die Fresse gekriegt. Ich glaube immer... Ja. Aber ist realistisch. Was sagen wir, warum soll ich die ausmachen? Soll eine Herausforderung sein, das Spiel. Wie langweilig wird. Kannst du ein Lagerbohr? Oh Gott, warte mal. Ich muss ganz was probieren. Aber... Ich hab vielleicht das weg. Hä, woher? Meine Pike? Was ist denn hier? Ich hab Ledern... Äh... Ich hab... Ähm... Und Leder, ja. Die Fasern kannst du erstmal von Anfang weg, aber die brauchen wir noch nie. Also die... Ähm... Sag schon. Schlafsack... Ok, Schlafsack... Ja. Jetzt gibt's eine Flinte. Bis mal... Ja warte ich guck gerade wo der Bomben fällt Überall bist du denn, hä? Bist du denn ganz genau? Ok da, hast du ein Lager vorher? Und dann machen wir uns mal was zum Essen, dann machen wir uns mal ein paar Polas, das wir hier uns aufbauen für die erste Zeit und dann weiter reingehen später, weil wir ein bissel was haben, pro Tiere. Du brauchst nur ein Lagerfeuer. Merk mal! Ich kann es einfach von Boden stellen, das war so gut. Ah, du hast das gebaut. Ähm, warte mal. Ähm. Welches Level bist du? Hör mal auf. Kann ich doch mal hinten machen. Ähm, ich habe schon mal Lämper erlernt, das erlernt. Jetzt gibt es aber noch ein Lagerfeuer und später nochmal, wo wir Gasplotz haben. Ja, mit Glas brauchen wir sowieso dann später wegen Salz, weil wir das Leder dann räuchern müssen. Für eine bestimmte Werkbank. Ne, ich mach mir erst mal ein paar Sperren. Was ist das denn? Was machen wir denn? Ja, deswegen habe ich es auch runtergedreht, weil die Tiere das so dann extrem war bei mir. Ja, deswegen habe ich es so weit runtergedreht. Ne, ich könnte das nur mit den Tieren und Menschen so machen, oder? Ja. Oh. 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 Oh, ich muss jetzt mal drauf anfangen. Oh, ja. Oh. Ich hab nur drauf genommen. Oh. 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 Oder eine Lampe, das weiß ich gar nicht, dass man sich mit dem Brot oder Zerf holt. Ich hab doch gerade eine Tür geboren. Ja, ich bin bei Lagerholen. Ja, ist cool. Gibt es ein besseres Brot im A-Slot? Sonst sind wir das so primär, wenn wir uns Lagerholen. Okay, was brauche ich noch? Ich brauche Fasern. Hast du Fasern? Ich nehme mir schon mal was. Danke. Knappung werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Kann höher sein auch. 150 ist ja das Maximum. Eigentlich für Stufe 1. Ich bin für die Stufe 2. Da kann 200 Fischer werden. Ja, mit der bloßen Hand. Ja, mit der bloßen Hand. Ich weiß, das ist ein richtiger Tor. Ob er das weiß nicht. Keine Ahnung, warum die so die Tores mobben wissen. Ja, mit der Koen auf dem Wasser. Ja, mit der Ruhe. Ja, das ist ein bisschen zu sagen. Ja, mit der Schmerzen. Ja, mit der Schmerzen. Ja, mit der Schmerzen. Es gibt alles in der Schmerzen. Ich habe sogar einen Schlafsack schon, okay. Also der Schlafsack ist... Na, Schlafsack ist also zum Bauen und keine Ressourcen. Ressourcen sind ja Werkzeug für die Schlafen und so. Ja, am Anfang ist es besser, dass wir so Betten mäßig und so, kannst du ja auch bauen. Schlafsäcke, sag ich mal so. Musst du ja auch halt so übersetzen müssen. Das ist jetzt der Schlafsack. Ich habe viel zu viel Müll. Ich habe keine Schlafsack. Ich habe keine Schlafsack. Ich habe keine Schlafsack. Warte, ich komm gleich. So, wir haben ein kleines Haus schonmal. Will, der steht links von uns. Nehmen den Strahl, welchen Strahl von... Ach, das ist er schon. Warte, ich hab gleich eine Ausdauer. Warte, ganz kurz. Das ist Lava. Das ist Lava. Guck mal an. Oh, weg hier. Weg hier, sofort. Das ist die Drachenschlucht. Einer von den Eingern. Das ist auch gut. Ja, vorne. Ja, keiner weiß. Keine Ahnung, wo du den gebunden bist. Ich hab mal jetzt hier auf Ausdauer gemacht. Jetzt vertraust dich genauso. So, Alter. Wie viel ist denn keine Hütte? Scheiße. Oh, ich erfriere, Alter. Warte, mach ich schon mal meine Leiche in den Saug, Alter. Hast du schon Essen? Dann nimm mal Essen raus, hör mal. So, was du mit Feuern hast. Ich mach mal, für uns war die Kleidung schon mal okay. Hast du Leder, vielleicht, für die Handschuhe und die Schuhe? Ich hab gerade bei dir ein Dodo gehört. Kannst du mal den Dodo tun? was? Zweiein. Ich weiß gar nicht. Ich hab gerade das Schuhe. Schau mal. Essen ist ein Lagerfeuer, wie immer. Hast du noch Fasern? Was ich jetzt mal sagen, abraten würde hier komplett auf der... Den habe ich bei dir gerade gehört, wo du unterwegs warst. So, du brauchst noch ein T-Shirt. Der ist immer gut. So, was haben wir jetzt? Du hast jetzt ein T-Shirt, brauchst du noch Schuhe? Ähm, habe ich gerade? Ah, ich habe schon genug. Ich bin auf der Echt. So, ich bin Level 14. Dann können wir langsam anfangen schon. Ich mache dann auch mal einen Bogen, eine Steinpfeile und die Nackenpfeile. Ey, Bogen brauche ich aber auch. Ja, ich muss ja irgendwie... Ja, Bogen muss ja auch... Ja, trotzdem muss ich einen Bogen auch machen. Bestimmtes Zweck muss ich auch erlernen. Zum Beispiel hier, Waffen. Das Zeug wäre... Das ist ein bisschen dick. Ja. So, Sattel zum Beispiel. Hier, du hast jetzt eine Kiste. Deine Kleidung. Okay, dann du bist mal rein. Und ich komme sofort wieder. Ich gehe mal ganz kurz... Jetzt bin ich fertig. Da, wachsen sie ein bisschen. Ich gehe mal ganz kurz. Also, ich gehe mal ganz kurz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020